die ich hatte noch nicht das hat so schön gepasst und ich glaube das hängt vor dem hallo und herzlich willkommen zur dritten folge von dem normalen let's play auf dem channel th2 games diesmal wieder mit mir im handel unter dem film und ja also nein hier ist uns gelät dass mich da auch auf die da für mich wollten ja ich wollte mich jetzt einfach warte ich bin da lass mich drunter nicht ja du hast volles leben ja ich bin schon wieder zu ich hasse so was bleibt du einfach da bitte gehen nicht runter bei den manchen vielen sachen ich will teilen was eh tun ja aber trotzdem ich brauche es jetzt sag was ist da unten los da unten ist auch losgelebt hat auch nicht bohs doch ich will nicht bohs ich wäre ja hier runter was ist das was ist das was ist hier unten los ich will nicht runter gehen alter scheiß bin jetzt nicht runter gehen nicht runter springen nicht rum du schlägst äh der tut das mal nicht runter der Falle wäre nicht weg hier ist irgendwas ja das ist einfach ein Enderman Frau machte grad so hässliche Geräusche ich will nicht das macht er wenn er sonst immer wieder zu weg Organization so er ist weit so bin wir da und ich habe gerade wirklich sehr viel schuss vor diesem enderman und ich und auch uns leiser und versteht eine solche ist was ich weiß nicht wie hässlich denn ich wenn man das anschaut dann braucht man es nicht zu geben alter hat das jetzt gibt es so oder darf ich auch mal runterkommen du kannst es hier unterkommen ist der anstimmungsvolle ich weiß nicht was ich bin ich bin ich bin auch warum liegt ihr holz ich habe jetzt hier ein paar sachen von der einstieg mir leid was wird der wirft die gerade hast du ein ende hier gerade ja scheisspinne scheisspinne scheiss komm her komm her es ist leider sterben eine runde wäre ich zu spät für mich nein fahrt oder wirst du essen ja es ist sofort ein flash ja gibt her es liegt hier hinten muss nach hinten laufen ja nein wenn du dich jetzt fortest wirst du hier wasser wieder finden ja komm geh mal dahin warte ich muss hier oben noch kurz das wasser noch stoppen es war eigentlich das was ich meine eigentlich hannes bevor er schaust schaust schlafen und nach klar ist es es ist auch da ist es nicht fahrt schuldbeck nachdem macht das weg macht das aus und ich bin nachdem ich bin es kurz ziel ich hätte mein haus ist die fackeln hinten rein so was habe ich dieses kack von stein schwer das gehört ich habe einen steinschwert gar nicht hat mich weg geworfen warum ist mein stein schläft ich hab ihn doch erlebt das hat so schön gepasst ich glaube das hänge ich vor das info nein doch und springst da hinten nicht hochgehen nicht hochgehen nicht dahin gehen wo du hingehen willst ich gehe hoch was mir in den ganzen ein ganzes so und das ist die zolle ist so was erledigen ich hoffe es nicht und ich möchte jetzt einfach meinen ich habe jetzt was von dir glaube ich jeder wirft diesen scheiß von fans weg ja dann sollte man den lava eliminieren dann sowas habe ich jetzt das inventar von mir ist gerade ein bisschen durcheinander ja ich muss ich ordentlich jedes mal wenn ich sterbe wieder neu mache ich ja was nicht nein ich sterbe nicht so oft wie du und ich weiß dass ich das gar nicht auf dem pc an hat weil immer wenn ich spiele mein schwert ist kaputt mein eisenschwerd warum ist ein eisenschwerd kaputt weil ich kaputt geschlagen habe wie schaffst du darfst hast du mir neues gibt mir neues wer verfolgt glaube ich ich hab da auch keins ja nur mein und die wirklichen wenn ich bin dabei ich habe noch eisenschwerd die hüllenbasis habe ich aber weggemacht ich hatte ich vermutlich in sie ganz alte jetzt habe ich aber alles mitgenommen hier ist das eisenschwerd ich brauche kurz im Ofen hier anrufen da steht alles ich kann roh wenn ich kohle hätte sind wir oder dauert auch sind ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ich habe es nicht woher habe ich nicht mehr ich habe den gegeben achten was man sich alles achten die sind sehr viele zu viele das fächern wird das war gerade so ich habe jetzt an was das online und auf den 1 anzeigt er geht online sofort nach Geht er wieder offline fahren, also? Weiß nicht mehr wie es war. Aber ich glaube, das ist halt von vorne. Keine Mache ist hier noch mal ein Blitzeinschlag des WLANs. Da fährt er einfach rein. Ja, wie ich vorhin schon sagte, die KI wurde verbessert. Was? Was? Ja, ne, aber ich sag's auf, bevor wir die KI wurde verbessert, aber ich wusste es noch nicht. Aber dann müssen wir eigentlich nicht anfangen. Na ja, Ende der Fernseher vielleicht noch nicht oder noch mal. Nee, die tun einem ja nicht reden, also. Wenn ihr sowieso derzeit nicht die besten Verteidigungsmöglichkeiten haben, dann solltet ihr so ein bisschen. Hast du recht. Sag, also ich bin glücklich, da ich grad volles Leben hab. Nur einen halben Hunger. Eigentlich ist es auch schade, ne? Draußen ist kein Problem. Äh, naja, es ist halt kalt. Oh, und kälte. Alles aus. Es hat 7 Grad zu kalt ist es nicht. Nee, aber so am liebsten. Die Sonne scheint so richtig schön. Das kann man sagen, aber... Ja, gegen die Sonne geht nichts zu sagen, hast du recht. Die Sonne ist heute schön. Aber ich... Klar ist es nicht so ganz schön. Ich hab heute wirklich keinen Bock mehr. Wir hatten heute Schule, ne? Wie immer. Und so hab ich... Ja, du hast letzte Schule, ja. Ich hab... Nie nach der Schule... ...habe ich Lust, äh, rauszugehen. Und dann soll ich rausgehen, wenn ich auch einfach auf mich vom PC setzen kann und los spiel. Warum... Warum braucht man eine... Warum braucht man eine normale Welt und soziale Kontakte und so, wenn man den Zocken kann, ne? So, das gibt es dieses gewisse RL. Absalte auf mich das Psaki- gott. Weiß ich... Das nennt das Enderman. Tom braucht man Leben, wenn man zocken... Tim! Ich hab den Enderman angeschaut, ich hab den Enderman angeschaut! Ahemann als einfach nur... Ups... Sand và promise schon so bist du okay jetzt weiß ich wo du bist zu mir nicht mehr gelockt also jetzt habe ich die zeit vor schnell wie bei unseren alter herstellen unseren ersten mal gefolgen muss man lustig dann aufgenommen die zeit verging so schnell 1 warum nicht so durch die sterb gleich für meine rotenflasch danke für das rotenflasch das wollte ich dir nicht mal geben trotzdem danke ich weiß mal spiel doch den enderman auf mich gelocken deshalb durfte ich irgendwo sondern fleisch haben hey komm geh weg du dummes hungerteil in diesen drei sekunden werde ich voll den hunger noch verlieren und nein ich habe kein guter verloren geil und 20 Sekunden habe ich wenn ich Hunger habe wenn ich also so Hunger habe dann bewegt man sich im alten Sicht und man sucht mich halt immer nach Adeln in der Nähe und bau die ab ich habe kommen also ich bewege mich meist wenn ich nur so aufladen will aber ich baue halt nur so etwas ab was zum Beispiel in der Nähe war zum Beispiel habe ich gesagt das habe ich es noch nicht bewegt bewegt ich habe mich dann nicht bewegt ich stand voll hier hier stand ich und habe dann hier alles abgekauft ich habe jetzt einen Ofen gemacht zum Brennen eigentlich äh ja da steht doch irgendwo da sag mir werde ich von hinten angeschossen zu blöden von ich finde es auch kacke weil es halt ist ja so weil ich weiß dass man ja zum Beispiel die bohren oder schaufeln oder so sagen kann was das tat tat ja ich hab hier das eisen wird noch weiter da ich mir zu dir brauchen ja lustig bist du das dann alter was war die ganze Kieber jetzt hier von mir Kai schade der eine Kieber hat nicht der andere nicht oder so nein der O... oh der Ofen hat's überlebt hauptsache der Ofen ne der hat's gerade so überlebt gerade so die Werkbank in den Ofen weggespräugt wurden aber den Ofen was würdest du ohne den Ofen tun hey ich hab sogar einen Bogen mit Fallen zwar sind wir ziemlich futsch aber äh zu Hause wo hast du einen Bogen hast du ihn gecraftet oder ne von's Gelände Alter ich hab 23 Leide ne Seide Achso ich hab schon ich hab schon ich hab schon ich hab geht und ich fand es nicht dumm was man aus Seide Wolle machen konnte aber andersrum nicht weil ich war früher immer so dass ich ähm niemand so an hatte weil ich immer vollschüssen hatte ist das immer auch so ein bisschen ist das nicht oder so das jetzt nächste Folge ähm bis dann tschüss ja ja he ja 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 ja